Nein! Ob ich noch einen Windstoß machen kann? Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, dann... Dann kommen jetzt die Superballade. Von denen haben wir ja noch eine Menge. In petto. Bleib drin. Braver, Junge. Anton wurde gefangen. Für Anton wurde ein Eintrag im Pokédex erstellt. Es wird permanent von Kopfschmerzen geplagt. Wird der Schmerz stärker, setzt es geheimnisvolle Kräfte ein. Das ist ja mal nice. Wie viele Pokémon haben wir mittlerweile eigentlich schon? 33. 33. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Ich will das! Mann! Boah. Das musste mal sein. Tangyna. Windstoß. Jetzt noch ein Ziehstrahl hinterher. Und dann müsste er das überlebt haben. Wing, 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 wing. Saug dich nicht voll. Böser. Böser, 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 Tangyna. Superball. Feuer. Frei. 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 Wie sehr ich diesen Spruch hasse. Ob ich da jetzt noch einen Windstoß reingeballert kriege? Egal, ich will es nicht testen. Ah, bin ich müde. Wisse, hat da auch so gepasst. Da musst du nur einen Hyperball nehmen. Hihi. Blaue Lianen verdecken die wahre Identität dieses Pokémon. Es verheddert alles, was ihm zu nahe kommt. Warte mal, in der nächsten Erweiterung. Was war das Silberne? Ja, wurde doch Tangyna. Wurde zu Forstelka war das, glaube ich, oder? Ich weiß es aber auch jetzt nicht mehr so genau. Müsste ich jetzt überlegen. Ich bin mir da selber nicht mehr so sicher, aber Forstelka ist auch schon gut. Ein heftiger Gegner. Ahoy, wo soll es hingehen? Zur Nummer 2. Dankeschön. Eiland 2. Achtung, starke Strömung. Angeln und Surfen verboten. Oh ja. Finger weg. Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Ja. Oh. Oh. Du kannst den Zerschneider hier ein. Möchtest du? Ja. Zack. Belieber. War ja schon mal nicht schlecht. Boing, boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen. Boing. Einige machen boing. Und andere machen boing. Wusstest du das? Boing? Nein. Boing. Oh, hallo. Willkommen in meinem Laden. Wir hatten erst vor kurzem unsere Eröffnung. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Das ist echt winzig. Aber wir brauchen neue Sachen. Kaufen wir uns mal elf neue Bälle ein. Gibt es sonst etwas, was ich tun kann mit dich? Nein, brauchst du nicht. Hier war das, glaube ich, mit der alten Dame. Ich gucke erst mal auf See. Oh, was heißt See? In dem Teich. Tümpel. Hat sich gerade so eben erledigt. Mirabla. Gut, das ist jetzt, äh... Das habe ich zwar eigen... Ne, die Giraffe habe ich noch nicht. Fange ich das jetzt mal direkt? Nein! Bitte! Ja, ich kann... Das sollte so nicht laufen. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Du, du, du! Da, da, da ist Ommot! Nein, ich hatte Unrecht. WTF? Was willst du? Hm. Hm. Knogger. Vielleicht ein Knogger. Ich habe die ultimative Attacke... Blum, 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 blum. Hm? Du, da, das Knogger. Nein, ich hatte Unrecht. Boah, jetzt. Jetzt willst du es aber wissen, wahr? Hey, jetzt willst du es wissen. Austausch! Komm. Ich habe die ultimative Attacke... Blum, 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 blum. Nein. Och. Das ist doch jetzt ein Scherz. Du kannst mich mit deiner blöden Attacke. Ganz ehrlich. Lass meine Pokémon noch nicht so runterziehen. Nicht von dir. Da haben wir hier. Entertainment and Snacks. Action pur in der Spielhalle. Wo ist Irma heute? Genau um die Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Hm. Du da. Bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was ist, wenn... Was wäre, wenn meiner Irma was zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche auf Island 3 nach ihr. Hey. Das ist die Spielhalle. Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey du. Ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du das... Bevor du aus dem Bett kriegst. Du, hallo du. Hallo, Drey. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Drecksschleuder von Motorrad mit. Hey. Oh, oh. Ab dich. Tz. Diese Inseln sind verwirrend. Sieh dir das nur an. Dieser Hallo, Drey hat meinen Teppich abgenutzt. Hallo, Drey. Sehr interessant, diese Hallo, Dries. Ahoy. Wohin soll's gehen? Island 3, bitte. Bam. Bam. Thank you, ma'am. Blah. Oh, oh. Heya. Wer bist du? Ich rufe die Polizei. Hey Lady, hast du mal einen Poké-Dollar? Wir sind der Motorrad-Club aus Kanto. Töv, töv. Töv. Ein Motorrad hat einen kleinen Motor. Daher muss ich die Geräusche selbst machen. Sehr interessant. Was du hier? Hey, du. Wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich kann. Ein Haus in Kanto. Hm. Och, komm schon. Nicht lecken. Yippie. Von diesem Tag an gehört die Insel uns. Schauen wir mal. Alle sind aus... Ey, da oben war ein Stein, oder? Was ist das? Seltene Edelsteine werden hier ausgestellt. Nur Edelsteine. Pokémon. Oh, bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hey, ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein. Ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Du Feigling. Im Rudel so stark. Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja? Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Das Einzige, was ich verlieren werde, ist meine Gnade. Dir gegenüber. Lächerlich. Psychokinese. Das war ein bisschen schwach, mein Freund. Ein bisschen sehr schwach. Das kannst du besser. Nächstes kommt Slimer. Möchte ich tauschen? Ja. Mit Austausch, bitte. Surfer. Fluchtwert von Slimer steigt. Das ist mir egal. Ich hau dir jetzt einen Aurora-Stall rein und du kippst um. Und? Geht doch. Aha. Schläger. Was? Ist das für ein Kind? Was? Ah, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Bin ich aber, nee. Scheiße. Na gut, jetzt kriegt mein O-Mod halt gut EP. Das war einfach. 900 Punkte. Spieler besiegt Biker Schläger. Hör auf, herumzualbern. Jetzt gewinnt 760 Dollar. Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hierher eingeladen, aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Jetzt muss ich echt sämtliche Typen platt machen. Slimer. Das ist echt. Ein Haufen von Weicheiern. Biogenese. Komm, beiß ins Gras. Dankeschön. Slimer-Gegner wurde besiegt. Juhu. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du, ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich kämpfen. Glatzkorb. Smogmog. Du hast ja auch nicht wirklich was auf dem Kasten kann, dass. Boom. Okay. Aber nicht so gut genutzt. Lalalala. Smogmog ist hin. Smogmog ist hin. Blockskopf. Blockskopf. Surfer. Schlammbad ist übel. Au, au, au. Nein. Warum? Surfer. Oh, wir müssen wir in b第一個 Diego солen. Und wenn wir hier in der Mitte gehen, oder.